mittlere straße machen wir da viel spurig nehmen wir hier zweispurig 180 ich überlege gerade nur wie komme ich jetzt auf eine straße hatte mal welche würde ich überhaupt haben für die stadt nicht fünf ja eine quersreise genau 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 und auf unserer main feature story die commercial district ist booming als die area ist attracting more high-end stores bringing the latest in luxury to our neighborhood you can now shop for designer shoes while sipping a fancy local jarver mate or so my wife tells me that's good for business und good for the community thanks jim we'll be back after kann man da jetzt irgendwie so einen schönen kreis reinsetzen könnte doch da jetzt ein kreis hin setzen ok der muss nochmal weg da den habe ich blöd gesetzt den kreis das ist ja nicht schlimm was sie denn mal quatschen ey das ist blöd das ist blöd das ist blöd der gibt mir die punkte vor wo ich die setzen soll ja dann setze ich nicht da hin schade machen wir mal mit denen hier ぐ komm 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 Ok Kurz drehen Ja Ich bin froh, dass ich da nicht langfahren muss Aber ist doch ok Dann haben wir das auf jeden Fall auch schon mal Hmm Was war das für eine Das war ja die Die hier müsste das gewesen sein Wie hier Oh, YouTube geht wieder? Ok Ja super Das war ja ganz schlimm vorhin Hey Die können sich ja auch wieder... Okay, da warte ich, bis das frei ist. Da warte ich, bis das frei ist. Das hier bleibt, so wie das ist. Ja, irgendwo wird hier schon Holz gemacht. Wo machen die ein Holz? Hier, glaube ich. Okay. Wo war ein Holz? Da. Die produzieren Holz hier. Hier hinten hatte ich denn gedacht, dass man da zwei Holzdinger macht. Und hier. Später, beziehungsweise hier vorne am Eingang. Hier kannst du, bis hier kannst du ja kaufen. Dass man denn hier nochmal zwei, drei macht. Wo, was sagen die da? Oh, Steuer minus eins. Oh, das geht ja. Wir können ja die Steuer mal... Einfach mal hochziehen. Wir müssen erst im Level weiterkommen. Um, dass ich die hohe... Ich will ja dann gleich die hohe machen. Schade, dass es noch keine XPs gibt, ne? Bella, vielen Dank für deinen Lörg. Oh, Feuerwehr geht auch wieder super. Ja, supi. Ich gucke mir erst mal kurz... ...irgemein die Stadt hier an. Da noch. Mal ganz kurz rumgucken. Da oben ist noch eins. Hier sind noch eins. Was ist das? Straße. Da oben ist Fahrer. Da oben ist nicht überall ganz- powers cola, also das jedes Mal. Da oben ist jeder Ginzổ. Da oben ist alles zum courage. Wie geht am Eingang. Oh nein, das ist ganz süß. Ich muss gerade wieder revolutionären... Oder ohne das So, wo war der Bums jetzt? Achso, wie sieht der Schulter aus? Ja, 37. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. 16, drücken. 16, 32. Genial, jetzt ziehe ich die Kurven jetzt heiße. Muss ich jetzt andere Tools besser. Ups, was war denn da los? Ach, ich musste von der anderen Seite... Okay, ja. Ne. Ach, schön, da fährt ein Auto. 64. 64. 64. 64. Und 40. 64. 64. Oh. Nein. 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 Pff. Nein. 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 Das gefällt mir besser hier. Was soll die nochmal neu machen da oben? Bis wo hatte ich die da? Die sind rüber, okay. Die sind rüber, okay. Das war... Das ist die ganze Zeit, welche Straße das ist, oder? Ach, du kannst sogar die Straße alle umbenennen. Genau. So, die hier. Die sind rüber, okay. Das ist die ganze Zeit. Das ist die ganze Zeit. Die schließt da ja nicht an. Also mit der würde ich dann irgendwie hier runterkommen zu dem Gebiet hier mit der Straße. Und mit der gehen wir denn da auch rum. Beziehungsweise könnte die ja hier mit irgendwie rein... Oder die... Ne, die gehen wir hier rum dann und dann hier rüber. Mit der Brücke. Gegebenenfalls. Hier hinter würde ich dann... Hier würde ich ein bisschen Gewerbe setzen. Auf der Seite und auf der Seite. Können wir hier einfach so mit einer... Zeig mal hier die Schilder. Da würde ich eigentlich gerne sehen. Hey, Kira! Hallo Kira! Danke für deinen Raid. Vielen, vielen lieben Dank. Hallo Sexy Boy! Hallo Dragon! Kira, die noch nicht! Die noch nicht. Es ist noch Stunde 10 Zeit. Reiß dich zusammen, bitte. Wie viel... Wie viel deckt denn dieses Ding eigentlich hier ab? Nein, definitiv nicht im Plus. Ich bin monatlich 782.000 im Minus. Warte mal, das Ding hatten wir doch schon mal, ne? Dann würde ich das versetzen. Ja, hatte ich dir doch gesagt, weil ich das Atomkraftwerk gebaut hatte. Das war mein Fehler gewesen. Das ist ja noch gar nicht mehr Strom. Ach ja, stimmt. Der Bums hier ist ja noch gar nicht mehr Strom. Stimmt, die Ecke braucht ja quasi ein eigenes Stromnetz dann. Die hat ja gar kein Stromnetz über diesen Dings hier. Müsste ich halt mit Leitungen machen, ne? Deine sieht sexy aus. Na ja, also das kommt weg hier. Hier fange ich jetzt die Stadt an, die ich halt letztendlich haben will, ne? Wo ich auch hinarbeite. Ja, okay, warte mal. Ich muss ja auch abwassen. Bisher habe ich ja das blöd oder habe ich gar nicht bedacht. Wir müssen, wir müssen da irgendwo nachher einen Anschluss finden mit der Straße, dass das nachher alles ineinander übergeht. Okay. Ja gut, dann steht das Ding jetzt erstmal. Da ist ja nicht so wild. Machen wir es erstmal aus. Warum nicht? Tätten wir es erstmal aus. Kira, wie war dein Stream? Also wenn Nacht ist, dann gehe ich erstmal einen Kaffee machen, ne? Aber Zeit lassen wir natürlich laufen. War sehr gut und sehr angstreich. Sehr gut. Das lese ich doch gerne. Ich mobs mir da einfach mal. Das mache ich jetzt einfach mal, um, dass wir da oben das hinkriegen. Lüse ich jetzt einfach hier kurz einmal so ran, dass wir da schon mal Wasser haben hier. Und Strom und sowas. Und da auch. Und da auch. Genau, das meinte wohl Eggie bestimmt, wa? Wo sind meine tollen Bilder, mein guter Kopf, Phantom? Kriegst du es so vor, wenn ich mir einen Kaffee mache? Oh, yes! Oh, yes! Verbrochen ist halt verbrochen. So. Bitte was? Nee, das machen wir anders. Ja, das passt. Jawohl. Das passt. Das geht ja unter... Äh, äh, äh. Das geht ja. Poo. Das geht ja. Sehr gut, da haben wir da jetzt auch Strom. Dann können wir den Bus wieder aufmachen. Würde mich aber ins Bett verabschieden. Wünsche noch viel Spaß, Erfolg und gutes Gelingen. Bin gespannt, wie die Stadt nächstes Mal aussieht. Ich auch. Das nächste Mal spiele ich aber vormittags. Das nächste Mal ist Donnerstag vormittags. Das ist auch ganz wild hier, ne? Dann schaue ich mir mal den Video an. Ah, gut, das dauert. Ich wollte gerade sagen, oder YouTube, aber das dauert. Wo geht denn der hier rein? Da kommt er, ne? Den können wir... ...die abreißen. 5 Uhr aufstehen. Ja, hervorragend Jackpot. Oh Gott. So. Oh, nee, Kira, bloß nicht. Kira, mach das. Mach das. Kira, mach das.